Vergessen. Schott. Mit R macht's Peng. Alles klar? Äh... Ja. Oh. Also ich glaube, das war bei dem, ne? Ihhh, was? Kabunkel! Lagern! Sofort! Fragezeichen lagern. Einfach so. Wie fehlgeschlagen? Mach den Counter weg, Mann! Oh Gott. Ähm... Du hättest sowas von sterben? Was soll ich machen? Ich draw einfach. Der stimmt doch eh! Das ist doch tot! Todesurteil! Und nicht... Ah nee! Versteigerung! So, so. Das ist so gut! Das ist so gut! Um... Was macht noch mal Megapille? Oh Gott. Das ist aber keine Heilung dagegen, oder? Goldene Nadel, haben wir es doch. Oh, oh, das ist, das ist traurig. Besonders, Asterix ist schon Klassiker. Schau ich immer noch gerne. Ah, Stein. Los, Lissifer. Ah, okay, danke nochmal dafür. War mir jetzt nicht sicher. Habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen wollte ich es auch schon ausprobieren, aber ich hatte noch eine Goldnadel. Da brauchte ich nicht sowas krasses nehmen. Das kann ich für andere Zustände dann nehmen, wenn ich da nichts habe. Ja, Lissifer ist überall. So, Lava auch. Nein, das versteinert doch. Kann ich das sofort von dem... ...testen? Funktioniert's? Ist das jetzt weg? Nice. Und er macht's schon wieder. Nicht schlimm. Oh Gott. Ich muss mich heilen. Wenn die jetzt nicht down gehen. Wie unfair, wer auch spielt, ne? Machen wir es so? Bom. Oh, ich hab gewonnen. Wie die Hand einfach frech öffnet. Die Besten, die da ist. Ja, und der andere lernt's nie genau. Der lässt sich immer verarschen. Kabunkel. Wie nenn ich denn Kabunkel? Hm. Mal gucken. Ich guck mal kurz, was es überhaupt noch für GFs gibt. Okay, dann nenn ich Kabunkel. Halt. Es passt zu mir. Mose, ja klar. Mose, ja klar. Ich hatte solche Angst. Aber Kabunkel ist ja eigentlich nur gut, um Reflekt zu verteilen. Ich hatte solche Angst. Es ist vorüber. Ich hatte Angst. Ist ja gut. Ich hatte wirklich Angst. Das war doch nicht dein erster Kampf. Allein konnte ich nichts ausrichten. Ich konnte allein nicht kämpfen. Das ist eben ein Amateur. Wir gehen. Deine Anweisungen gelten... Ähm. Deine Anweisungen gelten nach wie vor. Du bleibst in meiner Nähe. Sollte ich mich heilen oder... Ich habe doch Zelte. Da unten ist ein Speicherpunkt. Ich hoffe, ich habe noch die Möglichkeit. GF. So, jetzt haben wir Kabunkel. Was machen wir mit Kabunkel? Wen geben wir Kabunkel? Was kann Kabunkel denn? Welcome. HpK. HpK. Wer kann kein HpK? Er kann HpK. Er kann HpK. Er kann HpK. Blaing hat halt kein HpK. HpK. Und Rune hat kein HpK. Das heißt, jemand, der Rin oder Yang hat. Ich würde schon eher zu sagen... Oh, die Musik ist so cool. Ich muss die nochmal gucken, was die lernen sollen. Und HPK wäre nicht schlecht. Auch du lernst jetzt mal HPK, mein Freund. Stärke K. Naja, ich kräpfe mir kaum. Stärke plus 40. Ich mach mal Kältewandler. Das kann man so lassen. Kiyo kann die beschützen. Ja. Mosi. Ups. Was war da denn los? Was war das? So. Jetzt runter. Speichern. Wenn ich darf. Kannst du hier... Ne, ich muss hier hoch. Ne? Jetzt doch die Position zum... Oder? Ähm. Hä? Sie ist auf dem gleichen Weg wie hier wie hier hoch gegangen. Und sie ist von der Seite ausgekommen, ne? Sie ist von hier ausgekommen und hat sich Eria so gestellt. Aber. Aber. Den Weg. Den wir gegangen sind. Geht so. Ja, mach das. Kannst dir ja liebe Grüße von mir da lassen. Ich kann da runter. Und da wo muss ich lang? Ich kann ja sonst nirgendwo. Ah, wo muss ich denn nochmal lang? Ihr werdet alle verarscht Edea stinkt Nieder mit allen Hexen Okay Nein, ich bin mit 9-9 nicht durch Ich spiele die halt Parallel Ja genau, warte Nein Make Galbadia great again Sorry, das musste jetzt sein Ich bin dreimal vorbeigegangen Also ich muss da wahrscheinlich wieder runter, oder? Oder kann man hier? Oder kann man da? Aber ohne Scheiß Renoir, also unseren Blake jetzt hier Kam von da Hätte aber von vorne kommen müssen Wo ist jetzt noch mal dieser Scheißpunkt Ich muss ja eigentlich mal eine Schützenposition einlegen Das ist ja nicht da unten Glaube ich Aber ich würde gerne speichern Ich hoffe ich komme nochmal zum Speichern Gab es nicht mal ATB Ist auf warten Warum kann der Gegner mich dann trotzdem angreifen, während ich auswähle? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Kurse auf Merken Mach ich mal Und das war ja eigentlich nur bei Final Fantasy 7 Dass man sieht, wo man hin kann Roter Teppich rechts Ah Danke Wow Das ist ein roter Teppich Rechts sagst du Ah Die Luke Wie ich die nicht sehe Ich habe ja gefragt Ah, da ist das Scharfschützengewehr Also ich wäre da tausendmal dran vorbeigelaufen Irvine Kinies Dein Auftritt Warum ist er plötzlich so still? Verstehe Er will sich konzentrieren Der einsame Schütze Von hier aus hört man nichts Was ist mit der Parade? Cypher Du lebst also noch Blake Cypher lebt Er marschiert zusammen mit der Hexe Was hat das zu bedeuten? Weiß ich's Äh, weiß ich's Wenn ich mit der Hexe in einem direkten Kampf verwickelt werde Muss ich dann auch gegen Cypher kämpfen? Ein Seed kann sich seine Feinde nicht aussuchen Das war links, ich schrieb rechts Ja Ähm Ich habe eine kleine links-rechts-Schwäche Wenn Ja Es könnte passieren, dass ich Cypher eigenhändig töte Also manchmal vergesse ich, wo links und rechts ist Sagen wir's mal so Ich habe auch eine Orientierung wie Loren und Zorro Nur noch schlimmer Ihr beide seid doch zu allem bereit So etwas ist doch normal bei euch Immer diese Ausrede Was denn? Ist so Ihr lebt schließlich in so einer Welt Äh, ihr habt ja Psychotraining absolviert Psychotraining? Äh, wenn man das bloß Verhindern könnte Verhindern? Hängt alles von Irvine ab Genau, er muss die Hexe One-shotten Das kann doch nicht Hat der Typ Angst? Du kriegst doch nicht das Zitter Ich Ich kann es nicht Und die haben brav in der Zeit gewartet Obwohl Naja, es läuft ja alles Nicht zeitgleich ab Oh, hier kann ich lang Okay 360 No Scope Ja Ist da vielleicht Erstmal umgucken Hä? Ich hätte denen Diablos mitgeben sollen Na, ich muss ja eh noch Level 30 werden Also kommt her Gebt mir euer Blitz Alle mal kurz Blitz ziehen Ich weiß, so wichtig ist das wahrscheinlich nicht Immer mal wieder Ziehen Ist aber gar nicht Vielleicht so verkehrt Ich weiß, wie ich schenke Was das denn? Ich weiß, wie er ist denn? Oder soll ich nicht sein? Ich weiß, wie er will ich mir vor Ich weiß, wie er mir vor Ich weiß, wie er ist das Ich weiß, wie er ist der Ain? karte gelernt wer war das noch mal mit karte ich glaube das wäre nicht so verkehrt das sowieso nicht nein die ist neu warst du das du warst das papa kam